fall guys ultimate knockout let's play together und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ja meine freunde ich hatte ja von fall guys in der solo playlist ein weihnachts special und jetzt kommt ein silvester special in der koop also let's play together playlist naja und in der letzten folge von diesem weihnachts special ist etwas ganz besonderes passiert der absolute wahnsinn möchte ich sagen was das ist weil wenn das noch nicht gesehen habt dann solltet ihr das unbedingt nachholen chronologisch gesehen ist es eben das letzte fall guys video also ruhig mal reinschauen im heutigen silvester special passiert aber auch eine sache die wirklich sehr sehr cool war und ein bisschen überraschend kam mich aber echt gefreut hat auch hier möchte ich nicht zu viel sagen auch sonst gibt es nicht viel zu erzählen ich schicke euch jetzt in die siebte du runde chronologisch ist es die 15 episode das 15 turnier und wünsche dazu wie immer viel chaos und viel spaß perfektes paar von mir aus aber bestimmt wieder in der mitte hoch springen ach so achte schande naja ja ich will das so jetzt nervt da krieg ich irgendwann da kannst du ja machen ich krieg irgendwann den vibra vor allen dingen ist die gefahr dass du abrutscht überleben bringt ein punkt oder was ist also kirschen sind da ich stehe auf eine melone und vor mir ist eine kirche das abgerutscht dann habe ich da so halb geschubst unabsichtlicherweise das banane blaue trauben eine fresse wo ist eigentlich unser mate was macht er endlich oder sind wir nur zu zweit ich habe keine ahnung was kürze ist ehrlich gesagt ich weiß dahin mich hat aber wir sind erst aber wir sind 230 punkte will doch nur warum ist so gut oder was 230 punkte die anderen haben 150 gehabt okay irgendwas haben wir richtig gemacht wird das jetzt addiert oder geht es wieder bei null weiter ja das wäre voll geil irgendwas war richtig ich okay mein gott aber da stand auch dass zwei von uns ausgeschieden sind und einer von uns hat überlebt also ich hätte keine ahnung auf jeden fall hat mich extrem weit geflogen hat mich hat es auf jeden fall weg verspult ich kann es dir nicht sagen hierhin woher kann ich nicht ja gut oben ankommen halt ich weiß nicht ob es jetzt addiert wird das wäre auch irgendwie beruf oder weil da hat er dann voll sagt man was schon da ist ja da ist ja da werden wir alle rausgehen ganz tot was raus oder was ich bin erster gerade bei der way naja fast warum ist wieder tot warum ist denn der von mir und der mit seinem blöden boxer ja wir haben ein problem unser team jetzt wieder so gut genauso ah na 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 ich habe von lauter team jetzt einen käse gemacht hier nein was mache ich denn jetzt habe ich ja was aufzuholen hier oh mein gott oh mein gott ich werde hier von ja natürlich ja unser team hat versucht etwas zu retten hier es ist ein bisschen viel ja jetzt kriegt man halt irgendwie sind wir gleich aus doch das tun wir aber gerade und wir sind halt so aus hier auch rein naja ich schon auch aber reicht halt nicht doch probier ich probier ja was geschafft ja wow weil die enden noch schlechter waren egal obwohl wollte ich jetzt sagen wenn die jetzt noch punkte machen der fünfte platz ist dicht dran ich weiß nicht zu wem zu trupp gehört er da der mit dem orangenen helmen zu wem gehört er zu team für was der kann noch einen punkt machen er macht noch ein punkt der kann noch einen punkt machen laut meiner berechnung ja gucke okay das ist immer weiter das war also die erste runde war klar das war close closey close unser mate ist es einfach mit der russer zu melden stehen stehen wir sind vier leute raus ich habe doch keine ahnung hat unser mitgequittet ich sehe unser mit nicht der grüne hintergrund der grüne hinter der links neben mir da ist irgendwie unspektakulär angezogen hä warum ist hier ein pinguin da steht ein pinguin da steht ein pinguin da steht ein pinguin ich hab den hoch das bringt extra punkt warum ist das beste oh mein kopf nein oh mein gott das war noch mal hallo aua aua will ich krieg voll aufs maul ja dafür kann ich doch nichts ich hab mich hat bestimmt alles getroffen und rausgeschossen egal wir leben doch wir sind öster naja alle sind öster ich soll nur auf diese dreieckigen dinge einmal darstellen der pinguin war auch süß gerade Unser mate ist afk oder ist einfach nur gechillt der chillt einfach oh jajaji der hat aber der chillt ich bin weg der hat aber auch die dickste nerven oder hä? was hä? ich wurde einfach kurz runter geworfen ja und unser mate ist halt einfach die coolste sokke von Ich wollte jetzt was mit männlichen, wie soll ich sagen, unteren Bereichen sagen. Also, dass er ganz große, du weißt schon was hat, aber ich sag's jetzt nicht. Aber der ist ja der coolste von allen, Alter. Der Typ zählt auf einem anderen Level. Oh, oh. Aber er schafft's, Gott. Er schafft's halt. Er kriegt's halt hin für uns. Ey, nicht festhalten, du Sau. Blödes Einhorn. Hoffentlich hat's dich raus. Lass ihn. Er hat nichts getan. Der gibt's nicht mehr. Der gibt alles. Oh nein, 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 wir verkacken. Tun wir nicht. Wir sind doch erst, oder nicht? Guck mal, er emote ist sogar noch. Ach, dritter sind wir dritter. Guck mal, er emote ist noch. Ja, ich seh's doch. Wir haben's geschafft, Alter. Wie cool ist der denn? Krass, der Typ. Oh, der ist drollig. Der ist knuffig. Wir stehen halt unten rechts nebeneinander, Alter. Der macht sich auch keine Sorgen über Skims oder so. Der ist einfach kolossal Diamond Duck. Der hat einfach einmal gewürfelt, hat sich das grüne Ding angezogen. Da gibt's doch so Anzüge, so Ganzkörperdinger, wo sogar übers Gesicht gehen. Kennst du die? Ganzkörper. Ja, so, so, so. Wo ist er auch neben für Greenscreen und so. Oh nein. Der kann das bestimmt. Eiergerange. Und der hat so was an. Ja, kennst du die nicht, diese, ach egal. Okay, wie machen wir das? Einer muss verteidigen und der andere muss... Also, ich verteidige. Nein, ich, oder? Ja, doch, ich verteidige. Also, ich hol mir am Anfang irgendwas und dann verteidige. Ich stehe ja bei den Eiern. Ja, genau. Und dann bleibe ich drüben. Genau, erstmal ein normales. Hä? Ganz so lange keiner rüberkommt, kann ich mithelfen, sonst macht's ja keinen Sinn. Ja, wir klauen einfach irgendwann die goldene Eier, da haben wir in die goldene Eier. Ja, wir sacken wir gerade. Oder sagen wir mal so. Ja, aber wir keine goldene Eier haben. Das klingt wie der rote kommt rein, der rote Cloud. Was der Cloud? Nee, ich glaube nicht, der wollte Cloud. Aber wir sind vorne, also rot ist so einigermaßen ungeil. Okay, okay, okay. Ich hol. Der rote will clown gehen. Der haut ab hier. Hey, du bleibst jetzt da weg da. Hier bei Rot klauen, weil ich glaube, dass... Wo ist goldene Eier rausgefallen? Hallo, der Hilfe, die Cloud, die Schweine. Die wollen klauen. Ja, ist nicht schlimm. Ich hab ein goldenes Ei, hallo? Schön, schön, schön. Der klaut die Sau. Ich hab ihn geboxt. Ich boxe ihn. Oh, ich muss den goldenen Eier rausgehalten. Oh, oh. Nein. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Es flitsch weg. Es flitscht weg. Ja, ich hab das Ei. Geh da rein damit. Okay, okay, geht. Ich hab's Ei. Ah, der andere. Hey, was du? Ich hab's mit dem Ei drauf. Achso, du bist das? Was machst du denn? Du hast mich irritiert. Ich haltest. Ja, du haltest. Du musst im Netz sein, du Sau. Ich halte es. Ja, du haltest es. Jetzt müssen wir ihn nur noch verteidigen. Hey, der hat das goldene Ei. Schlag ihn. Schlag ihm ins Gesicht. Oh, 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 schnee. Halt, der hat was geklaut. Der da. Na ja, das goldene Eis ist wichtiger. Ja, ich bin da. Hau ab. Ja, ich bin ja schon am schubsen. 20 Sekunden. Ja, das schaffen wir ja wohl. Soll ich nochmal ein goldenes holen? Nein, bleib jetzt hier und verteidige. Wir haben doch genug. Wir haben 21. Wir müssen nur... Ah, der hat es weggeflitscht. Nein, der hat es weggetragen. Hol's wieder. Nein, uh, uh. Nein, der darf das nicht abgeben, sonst haben wir verschissen. Ich halte ihn. Und es flitscht. Und es flitscht in den Korb oder was? Nein. Ja. Boah. Oh Mann, ich halte es nicht aus. Aber unser Grüner hat auch alles gegeben. Finale oder was? Finale. Ja, ich habe schon gewusst, warum ich unbedingt mein Solosieg zuerst mal alleine machen wollte. Easy. Wir schaffen das. Wobei, jetzt ist es bestimmt schwer, so gegen diese anderen... Hex, was denn das? Ach so, oh Gott. Hoffentlich kann ich es diesmal also... Okay, ich habe es verstanden. Berühren und wenn ich der Hexer bin, dann muss ich auch schnell berühren. Oder euch helfen. Ja, ich bin der Hexer, toll, oder? Nein, bin ich der Hexer. Äh, wo bin ich? Ich weiß, ich bin der Hexer. Okay. Das heißt, dass ich muss... Also, es heißt zu mir, also, ich muss flüchten oder was? Ja, ihr müsst flüchten, aber ihr müsst für mich... Ja, ich renne deine Richtung. Da unten steht eine der komische Ninja. Aber was ist das? Das ist das? Der, der da? Ja, den holen wir uns hier. Ah. Oha. Scheiße, das hat es mich umgebotzt. Ja. Nein, ich habe nicht... Da ist ein Hexer. Okay, ich bin verhext. Okay, ich hole den einfach da oben. Aua. Vielleicht noch nicht. Ich komme da nicht hoch. Ich hole den Typ jetzt da. Scheiße, wir müssen uns sagen. Ich muss mit meinem Maid retten. Hä, ich habe ihn berührt. Warum hat es nicht funktioniert? Weil ich glaube, ich der Dings brennt. Dann kommst du schnell her, Will. Ich bin doch auch ein Hexer. Ja, ich komme ja her. Ja, ja, ich komme ja schon. Wenn es da nicht festhalten. Ich habe ihn hier fest, der bei mir ist. Ich habe ihn verhext. Der blau ist verhext. Ich habe es geschafft. Nur noch einer. Ja, du musst den, du musst den Dings festhalten. den anderen Hexer oder was? Nein, nein, rennt. Rennt, rennt, rennt. Unser Freund. Der Freund ist in Gefahr. Rennt, Freund. Oh, er hat's gut. Der ist gut. staple ist gut. Wir haben gewonnen. Haben wir? Haben gewonnen. Der oben schon treffigt sich. Hahahaha. Wunderach. Der Kleine war der Beste, Alter. Er ist eben wie Peer in meinen Augen. Oh yeah. Der Kleine ist der Beste, ohne schon jetzt. Du bist weggefallen? Lebst du noch? Hallo. Hast du das jetzt als Sieg bekommen? Ja, hab ich. Cheater. Oh, der Kleine war cool. Ich hatte so eine Ahnung, deswegen Solo zuerst. Cool. Ich hatte so eine Ahnung, deswegen war ich.